Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, diesmal mit dem Spiel What's your gender? Oder zu deutsch, was ist dein Geschlecht? Ein informatives Spiel rund um das Thema Gender, was ja bei weitem kein einfaches Thema ist. Und vielleicht lernen wir hier ja einiges, oder ich kann euch einiges mitgeben. Ich muss mal kurz die Einstellung checken, okay, wunderbar. Ja, passend zum Pride Month, wir sind immer noch im Juni, ist das ein wunderbares Video, ein wunderbares Spiel. Das habe ich gesehen und dachte mir, ja, das muss ich jetzt diesen Monat noch bringen. Ich rede mal nicht so viel, ich gehe mal direkt auf Start. Und dann sind wir hier in diesem Void. Hier ist nichts außer die Frage, was ist dein Geschlecht? Und jetzt können wir ja aussuchen, offenbar, hier stereotypisch, das Rot bzw. Lila für weiblich, für Frau und das Blau für männlich wahrscheinlich, ne? Komm, ich gehe mal hier nochmal. Weißt du, we're breaking the law und so, ne? Oh, trans. Ich merke schon. Okay, wir gehen jetzt also nicht den Pfeil nach, nicht so wie das Spiel es von uns möchte, nicht so wie das Spiel es von uns verlangt, sondern gehen in die andere Richtung, biegen anders ab. Und das ist so ein kleiner Spiegel, was trans, äh, transgender vielleicht ist, dass man eben nicht in diese Norm hineinpasst, das, was die Gesellschaft sich vorstellt, sondern, dass man in Anführungszeichen anders abgebogen ist. Natürlich nicht bewusst. Woher weiß ich eigentlich, was für ein Geschlecht ich habe? Genau, das ist die Frage. Wissen wir das eigentlich ab irgendeinem Punkt auch oder wird uns das einfach nur gesagt und wir nehmen es an und identifizieren uns dann so damit. Ja, trans, das kann ich jetzt anklicken. Achso, da gibt es hier Erklärung dazu. Ah, wunderbar. Trans Personen sind alle, die sich nicht ausschließlich mit dem Geschlecht identifizieren, welches ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Hierzu zählen transgender, transsexuelle, transidente und viele mehr. Okay. Ich merke schon, das ist mehr wie so eine Ausstellung, oder? Hier gibt es dann so verschiedene, ja, ich sehe schon, Passing. Hier gibt es dann verschiedene Räume und dann wird dann was erklärt. Was ist da oben? Da ist auch Passing, oder? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier unten weiter. Passing und lass uns das mal eben erklären. Passing bedeutet, dass eine Person als das Geschlecht gelesen bzw. anerkannt wird, als das X gelesen bzw. anerkannt werden möchte. Der Begriff wurde ursprünglich im Kontext von Rassismus in den USA geprägt und wurde von bzw. für Schwarze und POC, People of Color benutzt, die als weiß wahrgenommen wurden und so am sozioökonomischen Leben teilhaben konnten, das ihnen sonst aufgrund von Rassismus verwehrt blieb. Ja, Passing, als so und so durchgehen, ne? Könnte man es bezeichnen. Warte mal, jetzt sind wir auf dieser Brücke. Ist hier unten wieder, ach, ich kann auch springen. Ist das unten wieder diese, die Transidentität? Ist das hier so ein Teleport? Ja, oder? Ich glaube schon. Ja, tatsächlich. Oh Gott. Ist echt cool gemacht. Auch so simpel. Okay, hier ist es blau. Was haben wir hier? Bin ich noch die gleiche Person, die ich vor zwei Jahren war? Das ist eine sehr gute Frage. Ach, Fluid, ja. Da lernen wir doch jetzt mal was über genderfluide Menschen. Bei genderfluiden Personen ändert sich die Geschlechtsidentität über einen Zeitraum oder in bestimmten Situationen. Das Geschlecht kann zwischen allen möglichen Geschlechtern wechseln, zum Beispiel von männlich zu weiblich, aber auch von weiblich zu non-binary, von non-binary zu agender, etc. Und auch Kombinationen aus mehreren Geschlechtsidentitäten zugleich annehmen. Ja, das ist nämlich ganz wichtig zu wissen. Geschlecht ist wirklich nicht so simpel. Also eine Geschlechtsidentität ist was völlig anderes als das, was du biologisch bist, was du biologisch hast, was du, ne? Was zwischen deinen Beinen ist. Weil du kannst dich als weiblich fühlen. Du kannst, du kannst eine Frau sein. Deine Geschlechtsidentität kann so und so sein. Ganz unabhängig von dem, was eben in deiner Hose ist oder, ne? Was in deiner Geburtsurkunde steht oder was die Leute sagen, dass du bist. Und hier ist queer. Sehe ich das richtig? Ja, queer. Okay, das ist der wunderbare Oberbegriff. Im Englischen war queer lange Zeit ein Schimpfwort, insbesondere gegenüber schwulen Männern. Heute wird der Begriff aber meist positiv als Selbstbezeichnung gebraucht, vor allem von Menschen, die ihre Identität als außerhalb der gesellschaftlichen Norm ansehen. Außerdem kann queer als Überbegriff für Menschen benutzt werden, die nicht in die romantischen, sexuellen und oder geschlechtlichen Normen der Gesellschaft passen. Okay, also wird diese Beleidigung irgendwann für eigene Zwecke, ne? Für sich selbst wieder eingenommen und positiv besetzt. Das finde ich cool. Das finde ich toll. Und hier sehen wir den Regenbogen, beziehungsweise das schwarze Loch umrandet mit einem Regenbogen. Hm. Okay, ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt als nächstes lang sollen. Das sieht aus... Hm. Sieht echt cool aus. Aber gehen wir erstmal hier rein, oder? Oh, Demi. Okay, da bin ich jetzt mal interessiert, weil ich selber nicht genau weiß, was demisexuell ist. Oder... Oh, Demigender, Entschuldige. Demigender bezeichnet eine Geschlechtsidentität, bei der sich eine Person nur teilweise mit einem Geschlecht identifiziert. Okay. Gibt es Teile meiner Identität, die immer gleich bleiben? Hm. Also ist Demisexualität dann auch ähnlich? Also, dass man sich dann nur teilweise zu einem Geschlecht hingezogen fühlt? Ich weiß es nicht. Hier werden wir jetzt nicht so viel über Sexualität lernen, denke ich. Ähm... Ja, ich nehme das einfach mal an. Ich muss gleich selber nochmal recherchieren. Ähm... Femm. Können wir da... Können wir auch gleich rein, aber ich kann es mir auch jetzt schon erzählen lassen. Femm beschreibt eine betont weibliche Geschlechtspräsentation und oder Identität. Insbesondere von queeren Frauen und nicht-binären Personen. Femm wird manchmal der Bezeichnung Butch gegenübergestellt. Mhm. Und dann haben wir hier... Inter! Oh, sehr wichtig! Intergeschlechtliche Menschen sind Personen, die mit körperlichen Merkmalen geboren werden, die medizinisch als geschlechtlich uneindeutig gelten. Der Überbegriff Inter ist ein Begriff, der sich aus der Community entwickelt hat und der als ein emanzipatorischer und identitärer Überbegriff die Vielfalt intergeschlechtlicher Realitäten und Körperlichkeiten bezeichnet. Als diadisch oder endogeschlechtlich werden Menschen bezeichnet, die nicht inter sind, also deren Körper in eine eindeutige medizinische Norm von männlichen beziehungsweise weiblichen Körpern passen. Ja, bei Interpersonen ist das so... Menschen sollten Entscheidungen über ihren Körper selbst treffen können. Genau, das wollte ich gerade an... Achso, das ist jetzt der Gegensatz, ne? Ach, das hat sich jetzt verändert in dir. In diadisch. Ja, denn das wollte ich gerade ansprechen, was die Person sagte. Ähm, dass bei intergeschlechtlichen Personen, soweit ich das weiß, wird dann bei der Geburt, weil es eben nicht eindeutig ist, ne? Weil Ärzte und Ärztinnen wollen das dann irgendwie eindeutig haben. Man will die Kinder ja einordnen können. Und dann wird da oftmals auch rumoperiert, sodass sie dann eben in ein bestimmtes Bild in dieses System passen. Ja, ohne dass sie dann natürlich darüber entscheiden können. Ach, das ist aber schön hier. Das ist ein hübscher Baum. Hm. Ähm, da oben ist... Äh... Euphorie. Euphorie. Ist das das Gegenteil von Dysphorie? Ich glaube, die ist da... ... unten. Okay, das baut uns jetzt hier eine Treppe. Ich finde... Ja, okay. Ich hätte vielleicht langsamer laufen müssen. Euphorie. Geschlechtseuphorie ist ein Gefühl von Zufriedenheit und Freude beim Gedanken an das eigene Geschlecht. Also verstehe ich das jetzt so? Ich identifiziere mich zum Beispiel männlich. Biologisch bin ich auch männlich irgendwie. Ich habe männliche Geschlechtsmerkmale. Und ich bin zufrieden damit. Ich fühle mich so. Ich fühle mich wohl. Ich bin zufrieden und dadurch kommt diese Euphorie. So verstehe ich. Dann fühle ich mich mit mir selbst glücklich. Ja, das habe ich gerade beschrieben. Ähm... Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich möchte unten... Da war noch Dysphorie. Ich möchte... Hallo. Dankeschön. Da ist sie. Die Dysphorie. Das ist das Gegenteil. Denn Dysphorie ist ein Gefühl von körperlichem oder sozialem Unwohlsein. Manche Nicht-Binären oder Trans-Personen empfinden Dysphorie, wenn ihre Umwelt sie in einem falschen Geschlecht wahrnimmt. Oder wenn ihre eigenen Vorstellungen von ihrem Geschlecht nicht zu ihrem eigenen Aussehen, Verhalten und Sein passen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass diese eigene Unzufriedenheit auch mit dem Druck und den Erwartungen der Gesellschaft zu tun hat. Viele Trans-Personen und manche Nicht-Binären Personen ergreifen Maßnahmen wie Hormontherapien und oder Operationen, um ihre Körper dieser Wahrnehmung anzupassen. Ja, also... Ich fühle mich weiblich. Ich bin eine Frau. Meine Geschlechtsidentität ist weiblich, aber ich sehe vom Körper her irgendwie männlich aus. Was die Gesellschaft als männlich empfindet. Und daher entspringt diese Dysphorie, verstehe ich jetzt. Und dann lassen sich viele eben... lassen dann angleichende Operationen machen, sodass der Körper dann auch zu dieser Identität passt. Aber dass wir überhaupt irgendwie die Körper so sehr... Huch... Dass wir sehr durch unsere Körper definiert werden über unsere Biologie, das sollte vielleicht zu denken geben. Und dass ich diesen Weg hier nicht rausschaffe. Ja, da sollte man vielleicht ein bisschen bewusst damit sein. Ähm... Hier kommen wir her, ne? Inter, genau. Und hier ist der Baum jetzt auf einmal grün. Und dann geht es hier runter in den Raum mit... Mit nichts. Außer einem Würfel. Oh, okay. Oh, Alter. Was ein Trip. Ähm... Ja. Voll gut. Und das jetzt in VR. Ich habe tatsächlich noch nie ein VR-Headset aufgehabt. Ein richtiges. Nicht-Binär. Äh... Das können wir jetzt nicht anklicken. Ah, doch. Als Nicht-Binär oder Non-Binary bezeichnen sich Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, sondern als beides gleichzeitig, zwischen männlich und weiblich, oder als weder männlich noch weiblich. Ein Beispiel für eine nicht-binäre Identität ist Genderqueer. Non-Binary ist auch inklusiv für Intermenschen. Genau. Also diese Menschen, die passen nicht in dieses binäre System. Oder das... Das lässt sich nicht mit dem binären System, was wir haben, ne? Männlich, weiblich, 1 und 0, erklären. Boah. Okay. Da ist ein, äh, Molekül oder so. Ein, äh, Atom. Entsprechen meinen Verhaltensweisen den Stereotypen von Geschlecht? Und bin ich gendernon-konform, wenn sie das nicht tun? Genau. Äh, kein Molekül. Molekül ist so ein Einzelteil, ne? Ich, ich, ich hab... Ich bin in Chemie, hatte ich keine Ahnung. Da war ich nicht gut. Draußen. Femm. Euphoridisphorie. Inter. Ach so, Karte. Ach, das sind alle Räume, die wir schon entdeckt haben, ne? Alle grauen, also dunkelgrauen, die haben wir schon entdeckt. Hier sind noch ein paar hellgraue, die müssen wir noch entdecken. Und diese komische Röhre da. Okay. Halten wir uns mal dran. Oh, hier geht's bestimmt um Pronomen, oder? Jawoll. Okay. They, es, they, xia, hen. Fangen wir mit they an. Das ist, glaube ich, äh, oder? Erzählt ihr uns da noch was dazu? Ja. They geht durch die Tür. Ah, okay, ja. Pronomen, das ist, äh, lassen wir uns das erstmal erklären. Pronomen werden genutzt, um über Menschen oder Dinge zu reden, ohne jedes Mal den vollen Namen auszusprechen. Menschen können ein Pronomenpaar oder auch mehrere haben. Manche Menschen haben keine Pronomen oder nutzen ihren Namen als Pronomen. Das ist auch heute, da oben geht's noch mehr, das ist auch heutzutage, sollte man das vielleicht normalisieren, nach dem Pronomen zu fragen. Also kann ich selbst meine Pronomen wählen? Wie würde sich das wohl anfühlen? Genau, also es sollte normalisiert werden, nach Pronomen zu fragen, wenn man sich irgendwie kennenlernt, wenn man anfängt, miteinander zu quatschen, miteinander zu reden, so, so wie man den Namen sagt, ne? Hallo, mein Name ist, äh, so und so und du kannst dich mit er ansprechen. Also ich bin in Gruppen unterwegs und da, da macht man das teilweise in Vorstellungsrunden, da ist das gang und gäbe. Und ich wünsche mir auch, wünschte mir auch, dass es, äh, überall so wäre. Pronomen, sie, das, das kennen wir natürlich. Sie geht durch die Tür. Genau. Im Deutschen ist das wirklich sehr schwierig. Also da unten hatten wir gerade they, they, they geht durch die Tür oder, ähm, naja, da ist das, da kann man sowas machen. Er geht durch die Tür. Im Deutschen ist das schwierig. Da ist diese Sprache auch wirklich auf, auf Geschlecht irgendwie angepasst. Also da gibt's dann er und sie und da gibt's nicht viel dazwischen. Das, x. Okay, lässt uns nicht da durchgehen. Ist x. Also gibt's das wirklich, ich weiß es gerade selber nicht. Also ich frage jetzt hier aus reiner Unwissenheit. Ist x ein Pronomen, dass man sagt, x geht durch die Tür oder bedeutet das, dass man es weglässt oder dass man den Namen einsetzt? Also Uwe geht durch die Tür, äh, weil Uwe das so will. Ähm, Ette. Ette geht durch die Tür. Ette kenne ich nicht. Habe ich auch so noch nie gehört. Sia dafür. Sia geht durch die Tür. Schon mal. Aber noch nicht im Alltagsgebrauch. Sia ist eine Kombination aus sie und er offensichtlich. Ja, Neopronomen, das ist auch schwierig. Also dass die irgendwie angenommen werden, da sind wir noch bei weitem nicht. Henn, das ist mir auch geläufig, aber habe ich so noch nie... Henn, geht durch die Tür. Noch nie gehört. Also meistens wird dieses they auch im Deutschen am Versuch zu benutzen. Das habe ich in meiner Bubble schon am öftesten... Es geht durch die Tür. Äh, am meisten, nicht am öftesten. Ähm, mitbekommen. Okay, zu they gibt's auch kein... kein Voice. Ähm, kein Voice-Ding. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Haben wir was über Pronomen gelernt? Und... Void. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was das sein soll. Der Begriff Gender Void beschreibt eine Identität, die sich durch die Abwesenheit eines Geschlechts auszeichnet. Sie fällt unter den Agender-Oberbegriff. Ich hoffe, wir lernen auch gleich was über Agender, weil Void zum Beispiel, das habe ich noch... Wird's dunkler? Nee. Äh, Agender... Ach, Void habe ich tatsächlich noch nie gehört. Und Agender, den Begriff kenne ich, kann damit aber noch nicht so viel anfangen. Gehen wir mal hier rein. Und da haben wir wieder eine Karte. Ist das jetzt der gleiche Raum? Machen wir wieder Teleportation. Karte, Pronomen. Das ist da oben. Äh, Ideenraum, Pronomenraum und dann da hoch. Äh, Exit. Ne, 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 da will ich noch nicht hin. Ich muss noch was lernen. Äh, Pronomen. Ja, da kommen wir her. Void. Da. Was steht da? Drag! Achso. Was soll es heißen, sich mit klein und wohl zu fühlen? In was für einer Situation denn? Drag bezeichnet die Performance eines gewissen Geschlechtsausdruckes. Oft werden Züge dessen in überzogener Weise dargestellt. Drag kann Geschlechterklischees kommentieren, sie subversieren oder auch als kreativer Ausdruck der eigenen Geschlechtsidentität dienen. Ja, äh, an dieser Stelle zu empfehlen RuPaul's Drag Race finde ich super. Also ich weiß, dass die Person RuPaul irgendwie ein bisschen so problematisch ist. Äh, ähm, das wird ihr zumindest nachgesagt. Äh, weiß ich nicht. Da stecke ich nicht so tief drin. Aber RuPaul's Drag Race, das ist eine tolle Sendung. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Drag. Also meine ersten richtigen. Okay, wir sind wieder im gleichen Raum. Und wenn wir hier durch... Ach, da kommen wir doch gerade her, ne? Was ist, wenn wir da wieder zurückgehen? Da kommen wir auch wieder in den gleichen Raum, ne? Da ist ja wieder die Treppe. Okay, die Röhren machen also nichts. Nichts Besonderes. Wenn ich jetzt hier sprinten könnte, das wäre ein Trip. Boah, gleich kriege ich einen Drehwurm. Och Gott. Gut, ähm, Orientierung. Wo kamen wir jetzt gerade her? Aus dem Drag Raum? Und hier ist wieder Demi. Gender. Ähm, hm. Hm, dann gehe ich mal wieder zurück zur Karte. Langsam wird es schwierig, die letzten Räume aufzufinden. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, und diese Röhre komme ich durch den Pronomenraum angeblich. Und durch die Röhre komme ich auch in die weiteren. Warte, Karte. Karte, da komme ich noch... Da war ich noch nicht. Äh, welcher ist denn das? Der hier? Wieder Aufzug fahren? Warum ist die Musik jetzt weg? So, runter. Mal gucken. Äh, achso. Da ist wieder nicht-binär. Orientierung. Äh, gut. Gehen wir einfach mal ein bisschen durch die altbekannten Räume. Mal hoch, mal runter. Kann ich den Aufzug erfahren lassen, wenn ich nicht drin stehe? Nein, nein, das ging nicht. Und zack. Danke, Musik. Och Gott. Ich hasse das, wenn ich orientierungslos bin in Spielen. Warum gibt es keine Minimap oder so? Ja, hier ist Inter nochmal. Und den Euphorie. Das hatten wir gerade auch schon. Äh. Warte, waren wir schon da unten? Waren wir da unten? Nein, da waren wir nicht. Da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir. Nee, also das kennen wir nur von oben. Och. Gut. Äh, lalala, aufzug fahren. Ich sehe jetzt schon, dass wir gleich an diesem Spot sind, wo wir ange... Och, komm. Och, komm. Das mit diesem Teleportationsding macht es nicht einfacher. Ich bin hier, um freiwillig was zu lernen. Nun, erschwere mir das nicht. Bitte. Und runter. Okay. Karte. Wuhu. Toll. Wir sind hier. Karte. Und da hoch geht's zu... Drag. Nee, eigentlich geht's da runter. Och, nö. Mach es doch nicht so. Da ist Void. Genau. Da sind Pronomen. Und von Pronomen geht es hoch in diese komische Röhre. Wir gehen jetzt einfach mal in den Exit. Aber ich will nicht rausgehen. Das ist doch noch nicht das Ende, oder? Oder? Nee, 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 nee. Das wollen wir noch nicht. So, ich dachte, das ist ein... Das ist ein Spiel, das kriegen wir an 20 Minuten durch. Würde man wahrscheinlich auch. Wenn man nicht wie ich, äh, so planlos herumläuft. Warte. Kenne ich den Raum? Ach, das ist das gleiche... Nur woanders. Mach das doch nicht mit mir. So, Pronomen. Geht's da in diese komische Röhre? Hm? Nein. Ach, kommt. Gut. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen das so. Es gibt noch ein, zwei, äh, drei Räume zu erkunden. Beziehungsweise noch so eine Röhre. Das Spiel ist kostenlos. Es ist wie immer in der Beschreibung. Und... Ihr könnt euch das einfach runterladen und selbst mal auf Erkundungstour gehen und noch die fehlenden Begriffe klären, klären lassen. Und ich werde mich dann jetzt zum Exit begeben. Genau. Dann habt ihr auch noch was zu entdecken. Dann muss ich das nicht für euch machen. Habt ihr noch eine eigene Motivation. Exit. No. Okay. Hm? Oh. Die Sicht ist schief. Ich will gerade ausgucken, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht drehen. Ganz viele bunte Türen. Ganz viele bunte Identitäten. Alles verschieden und gar nicht so einfach zu erklären. Game Design. Voice Acting. Den Katze und Ente. Ja. Habt ihr super gemacht. Ne, waren echt schöne Stimmen. Ich wusste aber gar nicht, dass es zwei verschiedene Stimmen waren. Ehrlich gesagt. Ähm. Information in Game bei Purpose Love Studios. Danke, dass du... Die ursprüngliche Version dieses Spiels entstand innerhalb von 36 Stunden. Ach so. Im Rahmen des B-B-Game-Jams zum Thema Binär und mehr. Da ist das vielleicht mal interessant. Vielleicht gucke ich mir mal andere Spiele an, die zu diesem Thema erstellt wurden. Wir möchten an dieser Stelle erwähnen, dass What's Your Gender von einem Team aus überwiegend queeren EntwicklerInnen erschaffen wurde. Trotzdem haben wir nicht zu allen Identitäten, Begriffen und Konzepten Erfahrungen aus erster Hand und selbst in den Bereichen, in denen wir eigene Erfahrungen machen, kann es sein, dass sich die von uns genutzten Definitionen von denen anderer Menschen mit ähnlichen Selbstbezeichnungen unterscheiden. Vor allem ist wichtig, dass die Liste von Identitäten und Konzepten, die in diesem Spiel vorkommen, bei weitem nicht vollständig ist. In diesem Sinne hoffen wir, dass dieses Spiel als Quelle für Informationen und Einsichten für alle dient, die noch unvertraut mit den vorgestellten Konzepten sind und als Quelle für Behagen und Anerkennung für jene, die sich gesehen fühlen. Es zielt nicht darauf ab, irgendwem vorzuschreiben, wie selbstgewählte Bezeichnungen zu definieren sind. Wenn du mehr über diese Begriffe und Konzepte erfahren möchtest, gibt es im Spielmenü unter Informationen noch eine Liste von Quellen zu entdecken. Okay, da gucken wir mal eben rein. Achso, das Queer Lexikon, das kenne ich. Das ist eine tolle Informationsquelle. Ich glaube, das ist mit diesem Einhorn. Les Migras, Antidiskriminierungs, Antigewalt. Beratungsangebot, auch super, mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit und Broschüre und Informationstexten. Es lohnt sich, da vorbeizuschauen. Also googelt mal, informiert euch mal, weil dieses Spiel, wie die schon sagen, das kann jetzt auch nur, das kann nicht alles abdecken. Bei weitem nicht. Also das Thema ist viel größer und viel komplexer und da muss man sich selbst ein bisschen reinfinden. Selbst wenn einem das Thema oder wenn man meint, dass einem das Thema persönlich nicht so betrifft, betrifft es andere. Und da macht es Sinn, sich einfach zu informieren und sich Wissen anzueignen und auch Leuten, die eben trans sind oder nicht binär sind, was auch immer, da ein guter Ally zu sein, einfach gute Unterstützung zu bieten für die, weil sie eben nicht so privilegiert sind wie Cis-Menschen, wie Menschen, deren Geschlechtsidentität und biologische Geschlecht, wo das zusammenpasst. Ja, großes Thema. Informiert euch weiter, das ist mein Appell. War ein schönes Spiel. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für eure Neugier. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Gut, bis dann.